Hallo und willkommen zu Tipi Keyboard. Mein Name ist Matthäus und ich möchte dir Tipi vorstellen. Tipi ist ein neues Konzept einer Tastatur, genauer gesagt einer Einhandtastatur für deine linke und oder deine rechte Hand. Alles was du von deiner Standardtastatur kennst, befindet sich auch auf der Tipi Tastatur und mehr. Tipi ist über Bluetooth und auch über ein USB-C Kabel verbunden. Natürlich hast du alle Tasten, die du gewohnt bist. Du hast einen Nummernblock, Funktionstasten, du kannst mehr als hunderte von Tastenkombinationen und auch eine integrierte Maus verwenden. Alles mit einer Hand. Und wie ich bereits erwähnt habe, ist Tipi für deine rechte und deine linke Hand. Ein notwendiger Schritt für eine effizientere Tastatur war die Erstellung einer besseren Tastenanordnung. Die Anpassung ist einfach, besonders wenn du den kostenlosen Online-Trainer auf tipikeyboard.com verwendest. Die Tasten sind so angeordnet, dass die am häufigsten verwendeten Tasten intelligent in einer speziellen Reihenfolge zu deinen Fingern positioniert sind. Und je weniger sie verwendet werden, desto weiter entfernt sind. Mit Tipi hast du außerdem Zugriff auf 12 Sprachen auf einer Tastatur. Bidänisch, Niederländisch, Englisch, Finnisch, Französisch, Deutsch, Isländisch, Italienisch, Norwegisch, Portugiesisch, Spanisch und Schwedisch. Du kannst fließend tippen und alle Anwendungen, eine komplette Textverarbeitung, Kalkulationen und alles, was dein Computer kann, verwenden. Und das alles nur mit einer Hand. Es geht nicht nur um Effizienz, sondern auch um Komfort und Entspannung an langen Arbeitstagen. Deswegen ruht deine Hand in einer ergonomischen Handposition auf einem erhöhten Handballenkissen. Noch mehr Informationen findest du zu Tipi unter tipikeyboard.com